Herr Schwarz, so, jetzt nimm das Mikrofon, nimm's zum Mond und ganz laut, meine Damen und Herren, bitte hört sie gut zu. Ich bin ein Lehrling hier am Bau und er weiß mir es genau, dass dieses Stadion kurz langer Planung und viel hin und her, wie auf das war, weil es keiner mehr nun doch in voller Größe steht und die Arbeit nun zu Ende geht. Hier in Hitteltorf situiert ist das Bauwerk fest fundiert. Der Robo fährt nicht bis zum Dach, der Innenausbau kommt dort nach. Die Arbeit hier ist schön, doch schrei ich auch hier zum Nutzen, da brauche ich mir's eher und dringet auf das Molle, Leute, klein und frei ist der heute. Los! Moment, Moment, mach jetzt bitte keinen Föller, Fotoführer, Fotoführer, nicht am Boden, nicht am Ewig, sondern, meine Damen und Herren, kommt's mit dem Fotoapparat, mit den Kameras. Daniel, Achtung! Und jetzt mach's. dicten Sie dich! Halleluja! table anf Vielen Dank.